hallo meine lieben freunde hier zu einem neuen fortnite video die neue season hat begonnen ihr wisst bescheid wir haben bock wir haben schon ein bisschen gespielt ich will euch jetzt ein bisschen was zeigen meine lieben freunde wir schnacken hier nicht lange rum es hört sich echt nicht gesund an ja es ist auch noch nicht ganz weg aber ist schon auf jeden fall besser hier ist auf jeden fall schon gegner bei mir heute spiele ich hier ein bisschen gerade mit lord der zeit und todes kings zwei korrekte boys so den ersten haben wir hier auf ganz entspannt mal schnell ein binges reinziehen hier so munitionskiste da kommt glaube ich ein gegner noch einer habe ich ich höre aber noch einen ja ich höre noch einen ach habe ich auch noch okay der gar kein problem so ich habe ja gerade jemanden gesehen das ist die runde hat gerade erst begonnen ja drei kills sind trotzdem schon am start mein schöner bei mir steht insgesamt kills drei zwei bei mir drei so hinten schießt es auf jeden fall noch zwischen südosten und süden ein genockt der andere ist da noch bg wo man schnell nachladen hier na hör mal wer spielt mein kill vielleicht ich wollte doch scheiße schon okay alles gut ich habe ihn gefahren so okay weiter geht es der braucht ein bg von euch könnt ihr behalten ich bin gerade noch cool also passt 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 alles da hinten ist ja irgendwo ja ich glaube das schon mal so langsam in die richtung und auf jeden fall da da läuft einer lang einen limmelberger hier ich gucke hier unten in die in der läuft von nordwest richtung west ich gehe mal durchs feld hier oh ich habe einen pump shot aus dem feld gekriegt ich werde ihn holen digga ich sehe ihn ohhhhhh da ist er weg oh mehr kollega deine karte her du so keine angst ich bin es hier kommt trotzdem jemand glaube ich oh ja da sind sie ich mache sneaky move geh ums Haus rum okay von der Seite hier ist ja Seite Seite down nice sehr harte snipe die würde ich würde ich gerne mitnehmen ja nimm dir das ist noch einer das ist noch einer scheiße alles gut alles gut ja nimm ich will dich haben ich werde dich so rushen nein genau dieser kleine ungene mann boom er ist weg er ist weg keine sorge jungs könnte irgendjemand meine sliver mitnehmen das kriegen wir bestimmt auch er hat hat sein kollege ist da oh digga hier geht es gerade richtig da ich habe den Dennis der ist auch auf dem Boden warum schützt du ihn ist dir geklappt okay nur einer alles gut krieg ich hin oh hier ist noch wer noch wer noch wer noch wer oh voll viele ja komm keine Chance digga was geht denn da digga was ist da los unten am Wasser komm her ich komme ich komme ich komme ich habe ihn nice haben wir so im Wasser geh ins Wasser hab ich knocked seh den nächsten rechts daneben hab ihn gefinisht hab ihn knocked seh den nächsten rechts daneben hab ihn knocked nice nice easy oh digga warte oh er ist unten ja haben wir so kurz heilen er ist in der letzten fünf sechs gegner leben da noch eins komm schon komm schon komm schon noch zwei der dritte holt mich man ey her ein die die oh gute oh ibe die 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 Untertitelung des ZDF, 2020